NM treibt Morgengymnastik. So wie jeden Tag schlagen wir vor. Und eins und zwei und drei. Das Fenster öffnen. Einige tiefe Atemzüge. Und die erste Übung. Rumpfbeugen vorwärts. Bitte nicht das Rückgrat versteifen. Und eins und zwei und drei. Ganz tief bitte. Jawohl. Bis runter zum Boden. Und noch einmal. Diese Kenntnisse. Und eins und zwei und drei. Könnten Ihnen noch nützlich sein. Und jetzt schnelle Rumpfbeugen seitwärts. Wie Ausweichmanöver. Als ob wir einfach einer Ohrfeige ausweichen wollten. Und eins und zwei. Nach links. Nach rechts. Jawohl. Ausgezeichnet. Jetzt bitte eine Kniebeuge. Wir gehen in die Hocke, um uns dann wie bei einem Sprung zu strecken. Als ob wir dem Peiniger an den Hals springen wollten. Und eins und zwei und drei. Aber natürlich springen wir nicht. Bleibt bitte in der Hocke und stehen langsam auf. Und zum Abschluss senken wir mehrmals den Kopf. Das lockert die Haltung. Und eins und zwei und drei.